ein mercedes bauer 79 düsseldorfer 508 alt und ein mercedes 508 bauer 83 wie heißt das ding ja ist mir zugeflogen in den gestern auch schon gefahren fährt okay gemütlich nicht so schlimm wie ich dachte ich bin den om 314 gewohnt und hier ist ein 601 drin 2,3 liter und ich zeige euch direkt mal die schlimmsten stellen und zwar was so direkt ins auge fällt ist natürlich hier so was oder so was der wagen ist für den letzten tüv geschweißt worden leider recht schlampig nur so drauf gepeter hier hat er schon mal was gekriegt das ist auch nicht gut gemacht nicht eingesetzt das sind aber meiner meinung nach sachen die kriegt man ganz schnell hin gut hier in der dichtung nervt es natürlich wäre besser die fenster dann rauszunehmen aber wie gesagt der lack ist ganz stumpf leider er hat so ein paar rost tränen hier aber das ist alles wirklich nichts nichts wirklich schlimmes wie ich finde hier sieht es auch aus als hätte ein blech drauf gekriegt ja aber unten die kante ist eigentlich noch ok alles sehr stumpf hier die türen zum beispiel sowas kenne ich in schraubenzieher rein und hier habe ich gestern zum beispiel schon mal ein bisschen gestochert da ist eigentlich nicht das geht nicht tief und so ein blech ist ja schnell gemacht auch ich habe ein schweißgerät und ein gäste schweißgerät hier steht ok wollen wir mal paar details machen dann sehe ich gerade dass der blinker hier ein knicksel hat schade der hat vorne eine schiebetüre hier steht leider prüll rum deswegen kann ich nicht so gut zeigen aber mit der bin ich gestern schon offen gefahren das macht richtig spaß oben ist ein solar panel drauf da ist leider eine unbehandelte blechwinkel so drauf der ist halt verrostet aber auch nicht schlimm tropft so ein bisschen ab die seite ist die linke seite ist wesentlich besser als die rechte also das was der hier so hat am radlauf das hat er gar nicht hier recht gut aber auch hier wieder so ein schlecht geschweißt ist schlecht geschweißte stelle dann ist hier mal was eingesetzt worden da war wahrscheinlich irgendwie kühlschrank oder irgend so was vorher mal drin das ist aber auch nicht so wild ansonsten die schiebetür hier ist super funktioniert sehr gut gucken wir einmal hinten rein hat hier das gasflaschen fach mit zwei gasflaschen und nah ok in anlage ich finde das ein bisschen komisch weil die leitung hier so einmal komplett durch den ganzen bus gelegt sind aber gut dann hier das ist so eine stelle wo ich von meinem bus auch viel ärger her kenne und das sind ist alles nur das ist alles relativ harmlos also da ist nichts wo es wirklich durchgeht das muss man natürlich machen aber das wie gesagt da muss man nichts weißen das muss man einfach nur mal vernünftig machen türen sind okay gut die super und die ist ja die hat da unten so ein bisschen aber auch noch nichts was man schweißen muss aber rostschutz rein dringend das ist der große witz am auto ich glaube wenn man sich daran festhält kommt er gar nicht vom fleck also da kann man sich vielleicht von seinem boot ziehen lassen oder so ich weiß es nicht was das soll ist käse bei dem motor so die schiebetür die geht leider nicht richtig zu wenn man die zu machen hier geht nicht wie geht das habe ich mir noch nicht rein gezogen weil ich so eine schiebetür am 508 nicht habe das ist alles okay einmal durch den fahrerraum dann gehen wir vorne längs er hat so komfortsitze drin ich war gut hier ist so ein porno sitz ich weiß nicht der ist sehr sehr bequem also da kann man echt sehr gemütlich sitzen aber es gab wohl mal eine nachfrage wegen zertifikat für das ding der sitz ist gut in ordnung also sitze sich bequem darauf ich finde nur man sitzt viel zu nah am lenkrad das ist bei meinem bequemer und ich bin halt auch relativ groß 184 und mir ist das vom fußraum bei meinem viel gemütlicher so hier könnte man zum beispiel mal wieder die schiebetür aufmachen das waren hier steht pull daneben das ist eigentlich alles okay sich ein bisschen komisch finde leuchtweiten regulierung ist überklebt worden mit einer temperaturanzeige innen ich weiß nicht ob das so soll die der fernseher für die rückfahrkamera der sehr sehr schlecht also da kennt man kaum was drauf dann ist hier der himmel linke seite ist okay rechte seite leider nicht weil dieses campingfenster leider nicht mehr ganz dicht ist das kenne ich auch von meinem da muss man einmal aufs dach und das vernünftig wieder ein kleben das ist über die jahre bröselig geworden habe ich schon gesehen das ist aber gut zu machen aber wegen dem himmel ist es richtig blöd das ist richtig schade das hätte nicht sein müssen er ist zweigeteilt so jetzt drehe ich mich um den sieht man auch ich mache mal die schiebetür auf zeige euch den herzulange hier sind so kinderstock betten drin und das mag ja ganz witzig sein aber wer außer jemand mit zwei kindern braucht das die sind ganz schnell raus gebaut das ist einfach nur schreiner sind noch nicht mal tischlerplatten doch zum tischler platten oder fichte massiv keine ahnung hier waren so die kindernamen drauf und die matratzen sind übrigens super das sind so richtige also nicht nur schaumstoff sondern das ist irgendwie was das was wer will die haben ich verschenke sie gerne jetzt kommen sie auf den müll so jetzt hinten gibt es eine sitzecke mit einem hochklapptisch und so stauräumen die man aufklappen kann habe ich noch gar nicht reingeguckt fächer halten die matratzen sind super überhaupt nicht versifft alles bestens aber und man darf hier hinten wohl auch zu viert sitzen also das ist eingetragen im brief das haben die sich mal einfallen lassen und die hatten da früher ihre kinder cosys drin wie gesagt ich weiß nicht wer das so brauchen kann hier ich brauche es nicht und dann gibt es hier mit drei flammen koch garnitur mit waschbecken und einfachen wassertanks ja also wie gesagt der innenausbau der ist oben weiß gestrichen das ist alles ich habe die schränke noch gar nicht aufgehabt hier das ist alles okay aber kann man würde ich vielleicht auch eher neu machen die dachlupen sind okay die gehen ganz normal auf wie gesagt die hier wie hier ist ein bisschen undicht aber es riecht überhaupt nicht muffig hier drin oder sowas ist alles bestens es gibt einen kühlschrank da bin ich gewarnt worden den aufzumachen ihr kennt das wahrscheinlich wenn die länger zu waren stinken die aber der ist auch schnell draußen ja boden ist okay da sind hier im vorderen bereich ist was verlegt worden nichts was man nicht machen könnte so dann würde ich einmal noch mal kurz in den motorraum gucken und die vorbesitzer waren so freundlich mir eine dose mercedes echtes mercedes weiß mit zu geben das sieht jetzt ein bisschen schlimmer aus als es ist weil wir haben ein aussehen ein bisschen zu viel öl reingegossen beim nachfüllen dann war er so ein bisschen überstrich und hat direkt oben mal ordentlich raus gehustet hier oben ist ja jetzt alles ölig da ist aber überhaupt gar kein öl also der motor ist eigentlich trocken läuft super 130.000 runter ich habe jetzt mal schon mal ein ölfilter gekauft frisches öl weil das sicherlich nicht mehr so richtig toll ist hier ist ein ölwechselintervall von ach so da steht nichts auf kann man nicht lesen 141 ach so spätestens bei kilometer 141 okay so gesehen könnte man noch fahren aber das ist von 19 also ganz schnell mal ein wechselmann der stand jetzt wirklich die letzten vier fünf sechs jahre einfach nur um das ist alles okay da ist auch kein rost sieht sehr gut aus aber vielleicht bin ich auch vielleicht bin ich auch sehr viel schlechteres gewöhnt die leuchtweiten regulierung hatten wir ja also da ist irgendwas dran angeschlossen aber es gibt kein regler mehr also hier ist eigentlich alles okay was mich jetzt mir direkt ins auge fällt ist dass der gummi schubstange vom antrieb wahrscheinlich ein bisschen marode ist das müsste man dann hat der tüff aber nicht bemängelt und das wird sicherlich nicht in den letzten paar tagen passiert sein hier ein stück auspuff das sieht sehr neu aus von hier aus ist der motorblock jetzt ein bisschen ölig ich sehe das zum ersten mal da ist eine halterung angeschweißt aber das ist ja so rahmen ist alles okay ist wirklich sehe ich jetzt auf den ersten blick nix zu machen reifen sind super finde ich also jetzt jetzt liege ich hinten unter dem auto und hier müsste der eigentlich schlimm aussehen und das ist echt ja okay das ist halt also jeder der ein auto mit dem alter hat der würde sich freuen finde ich also ich wirklich ich bin von meinem düdo ganz andere sachen gewohnt das ist hier gar nichts es ist wirklich hat dann mal ist das mal ein bisschen hoch gekommen also wirklich nicht schlimm der bremst sehr 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 gut also da bin ich aber auch mit den trommel bremsen vom video natürlich überhaupt nichts gewöhnt das ist jetzt auspuff tank seite ja auch hier gut ist das wagenheber aufnahme da drückt man den da hoch also das finde ich auch gut hier frage an die profis werden bei den kreuzgelenken wird da nicht abgeschmiert wie beim düdo weil die sehen zwar noch okay aus aber da ist überhaupt gar kein fett dran muss da nicht fett dran also schmier nippel okay das ist jetzt vorne am lenk getriebe servolenkung ja also da sieht man natürlich theoretisch rost aber auch da weiß man ja das ist nicht wild da an der hausaufnahme ist auch ein bisschen was aber auch da das ist halt einfach nur der ganz normale flug rost das ist nicht schlimm das ist mit ein wenig ovatrol oder sonst wie gut in den griff zu kriegen da oben finde ich sehe ich eine stelle ich finde ich jetzt wenn ich jetzt zwei hände frei hätte würde ich mal stochern stoßdämpfer sehen ziemlich neu aus dass die schubstange ist wohl neu ansonsten vorderachse alles gut ich bin gespannt was aus uns zweien wird und wenn jemand interesse hat kann er sich gern melden gucken kommen leider keine grüne plakette haarkennzeichen müsste man gucken in dem zustand wird das auf jeden fall nichts und der ausbau muss der zeitgenössisch sein und älter als 20 jahre und 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 da gibt es ja ganz 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 viele meinungen und wissende immer raus damit muss ich mal gucken ob man den auf ein haarkennzeichen kriegt ich wohne leider in köln also ich bin jetzt einfach rein gefahren ansonsten mache ich den über die nächsten monate hübsch danke fürs zuschauen danke 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 Vielen Dank.